Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich besonders an Geschichte fasziniert, ist, dass man zum Teil längst vergangene Kulturen entdecken kann. Die der Ägypter oder des antiken Griechenlands, der Inka oder Maya. Aber es existiert eine Kultur, die noch sehr viel älter ist. Und noch heute gibt es Menschen, die sie leben. Wenn auch mit Glück. Denn die europäischen Siedler hätten sie fast ausgelöscht. Ich spreche von den Ureinwohnern Australiens, den Aboriginal People. Das australische Fremdenverkehrsamt schreibt auf seiner Tourismus Homepage, Eine Reise nach Australien ohne Begegnungen mit der Kultur der Aborigines ist wie ein Tritt nach Bondi ohne Surfbrett. Oder wie eine Reise durchs Outback ohne ein Känguru zu sehen. Das ist ein bisschen reißerisch. Und in einem Tourismusprospekt erwartet man vielleicht auch ein bisschen reißerische Werbung. Aber ich fürchte, dass tatsächlich viele Touristen, aber auch viele Australier, die Aboriginal People irgendwie für eine Sehenswürdigkeit halten. Sehenswürdigkeiten sind die Orte, an denen die Vorfahren der heutigen Aboriginal People jahrtausendelang gelebt haben. Sehenswert sind ihre Bräuche und Rituale, ihre Kunstwerke und ihre Tänze. Aber es ist etwas ganz anderes, ihre Kultur wirklich zu verstehen. Genauer muss man sagen, die Kulturrennen der Aboriginal People. Denn es gibt nicht einfach die Aboriginal People. Das ist eine Sammelbezeichnung, so ähnlich wie man früher von den Indianern in Nordamerika gesprochen hat. Allein auf der Insel Tasmanien, ganz im Süden von Australien, lebten unterschiedlichste Stämme der Aboriginal People. Dazu ist es wichtig, zwischen den Aboriginal People und den Torres Strait Insulanern zu unterscheiden. Die leben ganz im Norden und sind überhaupt nicht mit den Aboriginal People verwandt, sondern besitzen kulturelle Verbindungen nach Papua-Neuguinea. Zwischen diesen Inseln liegt der australische Kontinent. Eine Gegend, die verschiedenste Lebensräume bietet. Gemäßigte und tropische Klimazonen, Wald und riesige Flüsse. Aber große Teile Australiens sind nicht sehr heimelig. Ein Großteil besteht aus Wüste und Steppe. So unterschiedlich die Lebensräume, so unterschiedlich sind auch die Menschen, die dort leben. Man kann mindestens 15 größere Natur- und Kulturräume unterscheiden. Die Vielfalt der Stämme und Gruppen zeigt sich unter anderem an den bis zu 300 unterschiedlichen Sprachen der Aboriginal People. Dabei muss man sagen, die Ureinwohner nennen sich meistens bei ihren Stammesnamen und gar nicht Aboriginal People. Denn das Wort Aboriginal kommt aus dem Lateinischen, ab Origine. Um die Aboriginal People und ihre Geschichte besser verstehen zu können, ist es wichtig, ihre Mythologie zu verstehen. Denn ihr alltägliches Handeln leitet sich stark davon ab, wie sie sich die Welt erklären. Im Folgenden möchten wir euch darum von den Mythen der Aboriginal People erzählen und euch mitnehmen in die sogenannte Traumzeit. Das ganz zentrale Element der Aboriginal Kultur ist, dass sich ihre Angehörigen an den Ursprung des Lebens erinnern. Im Mittelpunkt stehen die schöpferischen Ahnen, die in der Traumzeit leben. Sie leben in einer Einöde, einer gigantischen leeren Fläche. Und durch die Taten ihres Lebens, durch das Jagen, Kämpfen, Lieben, verändern sie diese Welt, erschaffen sie die Dinge. Diese Taten sind so machtvoll, weil sie nicht getrennt sind von den Träumen der Ahnen. Sie träumen, was sie tun werden und tun es dann. So werden diese Dinge wirklich. In dieser Traumzeit, die mehr ein Ort ist, das eine Zeitspanne, ist alles gleichzeitig. Es gibt keine lineare Zeit, die vergeht und die man in Vergangenheit und Zukunft trennen kann. Alles ist gleichzeitig und wie in einem Traum kann alles zu allem werden. Alles kann sich in alles verwandeln und mit allem mischen. Ein Mann wird zu einem Tier, das Tier zu einem Fluss und dann zu einer Frau, die Wurzeln statt Beine hat. In den Träumen steckt wahnsinnig viel Energie, Schöpferkraft. So entstehen die Dinge, die Belebten und Unbelebten und auch Gefühle, Glück, Unglück, Bewusstsein, Krankheit, Freude oder auch Leid. Die Ahnen werden müde. Sie ziehen sich in die Erde oder den Himmel zurück und hinterlassen die frisch geschaffene Erde den Menschen. Aber diese Erde ist nicht fertig in dem Sinn, wie das in der Bibel der Fall ist. Die Zeit der Schöpfung ist immer, auch jetzt gegenwärtig. Deshalb machen sich die Ureinwohner Australiens die Erde nicht untertan, so wie wir das im Westen machen. Mensch, Gefühl, Tier, Element, Energie, alles das ist eins in einer gewissen Ebene. Die Aboriginal People können die Welt entdecken und verstehen, indem sie in sich hineinhorchen und hineinforschen. Die physische und die psychische Welt gehen ineinander über. Alles bedeutet etwas, jedes Ding hat eine Bedeutung. Und diese Bedeutung findet sich in den Geschichten, in den Träumen, die immer wieder erzählt werden. Damit richtig umzugehen ist sehr wichtig. Deshalb haben die Aboriginal People so viele Rituale und Zeremonien, die sie abhalten. Dank der Rituale können sie eine Verbindung zur Schöpfung, zur Traumzeit bekommen. Die Regeln sind sehr kompliziert und müssen genau beachtet werden. Sie bestimmen, wie eine Frau und ein Mann heiraten. Sie bestimmen, was gemacht wird, wenn es eine Naturkatastrophe gibt. Sie bestimmen, wie man mit Fremden umgeht. Die Aboriginal People sind aufs Engste mit dem Land verbunden. Denn überall sehen sie die Spuren der Schöpfung. Beispielsweise den Heiligen Berg, den Uluru. Dort wohnt in der Traumzeit auch die Regenbogenschlange, die durch das Land kriecht und Berge und Täler auftürmt und das lebensnotwendige Wasser bewacht. Die Töne, die dieses Instrument hier macht. Die Töne sind nicht einfach Musik, sondern die Vibrationen, die sie erzeugen, sind wie die Vibrationen der Regenbogenschlange, mit denen sie die Welt prägt. Ich muss zugeben, es ist nicht so ganz einfach, diese Kultur nachzuvollziehen. Vor allem, wenn man sie nicht selbst länger erlebt hat. So wie ich, ich war noch nie in Australien. Aber ich hoffe, dass ich euch das so ein bisschen näher bringen konnte. So wie ich es verstehe. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte so, wie ihr das gewohnt seid. Vor etwa 50.000 Jahren wandert der moderne Mensch in Australien ein. Es gibt rund 6.500 Jahre alte Steinhäuser und Anlagen zur Fischzucht im Südosten Australiens. Die Aboriginal People leben grundsätzlich als Jäger, Fischer und Sammler. Ackerbau betreiben sie nicht. Sie schreiben nichts auf, sondern sie malen. Sie nutzen Pfeil und Bogen nicht, sie bauen kein Metall ab oder verarbeiten es. Ihre Werkzeuge und Waffen sind aus Holz. Und ganz berühmt ist natürlich der Bumerang. Wir verbinden den Bumerang zwar mit den Aboriginal People, aber dieses Gerät ist auf der ganzen Welt verbreitet. Und der älteste von stammt tatsächlich aus Polen. Kleiner Funfact am Rande, aber zurück. Die Aboriginal People häufen keine Reichtümer an. Das Leben der Menschen unterscheidet sich kaum von dem Leben, das schon ihre steinzeitlichen Ahnen geführt haben. Viele ziehen in Gruppen von ein paar Dutzend Menschen umher. Zwar haben sie Kontakte zu den Menschen in Indonesien und Neuginea, aber das führt zu keinen kulturellen Veränderungen, die man nachweisen kann. Wie gesagt, die australischen Ureinwohner nehmen Zeit anders wahr als wir. Sie benötigen keine Veränderung. Sie legen Wert darauf, dass die Dinge so getan werden, wie sie getan werden sollten. Ich denke, die lange, relative Stabilität der Kultur ist ein Zeichen für deren Qualität. Die Aboriginal People schaffen es sich, über Zehntausende Jahre an sich verändernde Naturbedingungen anzupassen. Ohne ihre Kultur grundlegend zu verändern und ohne auszusterben oder ihre Lebensgrundlagen selbst zu vernichten. So wie andere Völker. Zu Beginn der frühen Neuzeit leben zwischen 300.000 und einer Million Menschen in Australien. Aber das ändert sich bald. Anfang des 17. Jahrhunderts entdecken die Europäer den Kontinent. Am 28. April 1770 legt der britische Entdecker James Cook an der südlichen Westküste beim heutigen Sydney an. Er nimmt das Land für die britische Krone in Besitz. Am 18. Januar 1788 landet der Kapitän Arthur Phillip nur ein Stück weiter nördlich. An Bord seiner Schiffe vor allem Sträflinge aus englischen Gefängnissen. Die Regierung will diese Verbrecher loswerden und schickt sie deshalb ins Exil. Möglichst weit weg auf die andere Seite der Erdkugel, eben nach Australien. 160.000 Menschen werden so verschifft, darunter vielleicht ein Viertel Siedler. Die ihr Glück anderswo versuchen wollen oder die in familiärer Beziehung zu den Ausgestoßenen stehen. Nach und nach beginnen die Weißen das Land zu besiedeln. Ein Land, das nicht ihnen gehört. Anders als wir meinen würden, empfinden die verschiedenen Aboriginal Stämme es aber nicht so, dass es ihr Land ist. Eher umgekehrt. Sie selbst gehören dem Land. Für die weißen Siedler stehen die Aboriginal People auf einer angeblich so primitiven Stufe, dass sie sie für das fehlende Glied zwischen Affen und Menschen halten. Den Ureinwohnern wird das Land weggenommen, beziehungsweise sie können ihre angestammten Gebiete nicht mehr nutzen. Wenn nötig, werden die Menschen ermordet, die Frauen vergewaltigt. Außerdem sterben viele an eingeschleppten Krankheiten. Die Lebensgrundlagen der Stämme werden vernichtet. Es ist eine schreckliche Leidensgeschichte. Im 19. Jahrhundert will die britische Regierung dann die schlimmsten Gräueln unterbinden und die immer häufiger auflodernden Konflikte beenden. Die Aboriginal People sollen in Reservate abgeschoben werden. Viele ziehen sich von selbst immer weiter in die Wildnis zurück. Andere versuchen, neben den Siedlungen der Europäer sesshaft zu werden. So oder so, wer sich widersetzt, bekommt Gewalt angetan. Die Missionare nehmen den Aboriginal People ihre Kinder weg, um denen den christlichen Glauben und Schulbildung beizubringen. Aboriginal Mädchen werden in weiße Familien verheiratet. Man kann sagen, zwangsverheiratet. Die Weißen graben bestattete Aborigines aus, um deren Knochen als Liebhaberstücke nach England zu verkaufen. Aus den Hoden toter Männer werden Tabakbeutel für die Siedler gefertigt. Wie wirkt sich das aus? Dazu gibt es nur Schätzungen. Ich sagte, wir können davon ausgehen, dass es im 18. Jahrhundert 300.000 bis 1.000.000 Aboriginal People gibt. 1930 sind noch rund 70.000 übrig. Im 20. Jahrhundert wird Australien eine eigene Nation. Aber die Aborigines werden weiterhin als Menschen zweiter Klasse behandelt und entrechtet. Nur sehr langsam bessert sich ihre Situation. Organisationen entstehen, die sich für die Rechte der Ureinwohner einsetzen. Und viele von ihnen kämpfen für Australien im Zweiten Weltkrieg, was ihr Ansehen innerhalb des Landes ein kleines bisschen hebt. 1949 erhalten alle Aboriginal People offiziell die australische Staatsbürgerschaft. Aber gleichberechtigt sind sie dadurch noch lange nicht. Und wie sich das auswirkt, das sieht man zum Beispiel an den Spinifex. Der Aboriginal-Stamm stößt erst in den 1950er Jahren auf die Weißen Siedler, beziehungsweise umgekehrt. Briten und Australier wollen in einer scheinbar abgelegenen Gegend Atomtests durchführen. Für die Spinifex ist das Land nicht abgelegen, aber sie müssen weichen. Sie werden enteignet und aus ihrer Heimat vertrieben. Es dauert bis in die 1960er Jahre hinein, bis die australischen Ureinwohner politische Rechte erhalten. Sie dürfen wählen, Land besitzen, haben Rentenansprüche. Zwar gibt es mittlerweile wieder 670.000 Aboriginal People, das sind 4 bis 5 Prozent der gesamten Bevölkerung, aber ihre Lage ist noch immer schlecht. Das sieht man schon daran, dass Aboriginal People eine um 17 Jahre kürzere Lebenserwartung haben als weiße Australier. Aboriginal People haben auch öfter mit Drogenproblematiken zu tun als ihre Mitbürger und nehmen sich öfter das Leben. Am 13. Februar 2008 entschuldigt sich die australische Regierung für das Leid und für das Unrecht, das den Aboriginal People angetan wurde. Man kann nur hoffen, dass sich deren Lage langsam bessern wird. Zum Schluss zeigen wir euch noch die Flagge der Ureinwohner, die im Jahr 1971 entworfen wurde. Schwarz steht für die Aboriginal Völker, der gelbe Kreis steht für die Sonne, rot steht für die Erde, den roten Ocker, der bei Zeremonien verwendet wird und die spirituelle Beziehung der Aboriginal People zu ihrem Land. Eine schöne Symbolik, finde ich zumindest. Was meint ihr, denn ist die Kultur der Aboriginal People schwierig zu verstehen? Wart ihr vielleicht selber schon mal in Australien und habt euch einige der Kultplätze angeschaut? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und hier neben mir findet ihr ein Video, logischerweise passt ganz gut dazu, zu den Ureinwohnern Nordamerikas und direkt darunter eins der Kollegen von Terra X zu der Reise der Menschen. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum ich immer Aboriginal People in diesem Video hier gesagt habe oder fast immer, die Ureinwohner nehmen das tatsächlich als die richtige Bezeichnung wahr. Ja, Aborigines klingt für sie so wie für die Indianer in den USA das Wort Indianer. Das nur kurz zur Erklärung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.